07.30 Uhr, rauf zu gehen. Kaffee trinken, ich habe die Kaffeemaschine oben. Noch eine normale Arbeit. Noch eine Zunni. Rosette, 3, 3 Meter, 3,60 Meter. Nach dem Gemäu. Noch eine Mittag. Das ist noch eine normale Arbeit. Noch eine 5 Uhr, abends. Die grüe hat 80 Meter von Höhe und 70 Meter von Höhe. Ich habe noch nie gearbeitet. Das ist eine Art. Das ist schön. Das ist eine Paisage. Sie können alles sehen. Ich bin hier so zu Hause. Ich bin hier so zu Hause. Ich bin hier so zu Hause. Ich bin schon habitiert. Ich bin normal. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Oh, Fernandes. Fernandes. Ja? Das ist für Martin. Das ist für Martin. Das ist für Martin. Das ist für Martin. Eine Person ist gut. Und sie können wissen, welche Dinge sie beenden. Ein grüeber kann wissen, was er will, was er zu müssen, ohne zu uns. Für mich ist es der beste Beruf. Ich fahre vor 20 Jahren. Mit dem Kran. Ich will nichts anderes. Für mich ist es der beste Beruf.